ja servus leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge ls 22 auf der kreber auf meinem kanal lassen mich jetzt mal gucken wir müssen jetzt nach oben zum feld in drei erfahren wir am besten mal los machen die linke blinke an damit ihr auch bescheiden wissen dass wir kommen wir müssen jetzt irgendwie hier zu feld in drei kommen in der anderen sicht ist ja auch in ordnung kann man auch mal machen fällt in drei leute ist angesagt eine düngemission auf fällt drei erstmal gucken wie wir hinkommen das sieht eigentlich ganz gut aus ich glaube die map ist gar nicht mehr so viel größer als die campaign of francs ich glaube die ist gar nicht mal so viel größer wie die campaign die sah erst mal so groß aus aber eigentlich ist sie gar nicht glaube ich so groß ne ich glaube hier sind wir schon ne ja hier ist es schon dann wollen wir mal starten ne mit in der düngemission hier auf fällt drei leute na ich finde die kreber auch echt schön gestaltet ne sieht echt nice aus gefällt mir so wieviel prozent haben müsste gleich auch wieder eine info auftauchen mit 21 prozent wahrscheinlich dann ne also so lange dürfte es eigentlich gar nicht dauern hier die mission ne müssen wir mal schauen 36 prozent ok geht er doch schnell als gedacht eigentlich geht er eigentlich doch schneller als gedacht leute so sind wir gleich durch ne wahnsinn ich hätte gedacht wir brauchen mehr dünger 81 prozent aber anscheinend doch nicht ne egal aber was wir an dünger haben haben wir ne was wir an dünger haben haben wir ne ist ja gar nicht mal so verkehrt an und die zuletzt dann abgeschlossen mehr verbrauche ich auch nicht jetzt ne den rest können wir anschließend äh wieder äh selber nutzen ne warum soll man mehr machen als wenn müssen ne ja schwachsinn das wäre schwachsinn ne ich habe zu kurz ist die map eigentlich gar nicht ne merke ich gerade es geht eigentlich ne ich hätte gedacht die map wäre größer jetzt habe ich mich hier festgefahren ne am schild so okay ist das ja Okay, dann machen wir es mal anders. Dann muss ich mal ein bisschen tricksen. Okay, dann muss ich mal ein bisschen anders tricksen. Hätte er gedacht, das geht einfach, ne? Ja, hub doch nicht, fahr doch einfach. Also so dick bist du auch nicht, Auto. Ja, Auto, dann fahr doch. Anstatt jetzt mal fahren, nö. Haben die keinen Bock drauf, ne? Egal. Ja, und fast wieder gegen gefahren, ne? Wahnsinn. So, wo ist der Landmaschinenhändler? Hier ist er. So, dann haben wir die Mission geschafft, dann können wir die abliefern. Düngen, abschließen. Perfekt, dann haben wir das auch durch, ne? Okay, ähm, Weinpressen auch noch. Weiß ich jetzt nicht. Ich mein, wäre Geld, ne? Feld24, ne? Wo ist denn das? Feld24, wo ist Feld24? Feld24, huhu, wo bist du? Ich bin zwar nicht da. Was geht eigentlich, ne? Na komm, machen wir. Äh, Geräteausleihen machen wir aber mal. Wat? Kein Platz oder was? Oha. Hätte ich nicht gedacht. Dass da kein Platz ist, haben wir mittlerweile schon Eier bekommen. Gucken wir da mal nach. Interessiert mich auch. Ah ja, null Stück. Ne, haben wir noch nicht. Okay. Und da hat wohl auch noch eine Weile, ne? Bin mal gespannt, wann die ersten Eier kommen. 11 Uhr? Ich glaub im 19, oder... Ne, doch, im 19 haben die sich doch immer alle Viertelstunde aktualisiert, ne? Vielleicht um 11 dann wieder? Müssen wir mal schauen. Okay. Einmal zur Seite schieben. Dann machen wir das einmal fertig soweit. Also ein bisschen was heißt fertig soweit, ne? Den hier auf Seite. Dann sollte jetzt eigentlich Platz genug sein für die Emissionsfahrzeuge, ne? Da müsste jetzt Platz genug sein. Müssen wir gleich mal gucken. Jetzt erstmal zurück zum Hof. Aber mehr Chaos engagiert, als wir eigentlich wollten, ne? auch. Heilt er weiter. Heilt er weiter. Heilt er weiter. So. Okay. So. ich hätte die ausgewählt so jetzt aber mal passen geräte ausladen kein platz wieso kein platz also wie viel geräte ich kann dann da machen wir was anderes da machen wir verträge hinzufügen flügen düngen könnten wir machen ja komm dann machen wir düngen fett acht ne geräte ausleihen dann machen wir das wenn für das eine kein platz ist für die geräte ist auch doof wenn wir haben das jetzt alles auf seite geräumt und trotzdem kein platz für die geräte ist ja doof das macht dann keinen sinn finde ich kann ich die kann ich nicht egal müssen gucken so fällt acht müssen wir eben noch aufladen also ja eine auffüllen und dann ab zu fett achten sehr gut ab die post jetzt gleich die nächste rechts rein die nächste straße da ne aber straße ist gut ne feldweg ne eher ein feldweg hier ne da können wir auch hin so dann machen wir eben noch das düngen fertig auf dem feld ne so So, sehr schön, dann haben wir das geschafft. Läuft doch hervorragend. Wie viel Prozent? Ich glaube, wir sehen die, ne? 78 Prozent, äh, geht doch. Dann machen wir die Dünger, wenn wir auf jeden Fall noch zu Ende, dann haben wir es durch, ne? Dann fangen wir mal jetzt zum Landmaschinenhändler. Dann werden wir noch den Mineraldinger abladen und dann sieht es gut aus. Dann sieht es gut aus, Leute. Sehr gut, einmal zurück. Dann machen wir folgende Ende anschließend, ne? Haben wir wieder ein bisschen was verdient. Ist auch nicht verkehrt. Je mehr Geld wir haben, umso besser. Ich will mir überlegen, ob wir ein Feld holen, was schon eingesät ist als Mission. Also, ich meine, dann kaufen, ne? Was wir als Mission einsehen. Und nach der Einsatz im Prinzip dann, äh, kaufen. Oder ob wir ein uneingesähtes Feld kaufen sollen. Da bin ich noch gerade abends zu tragen. Was meint ihr? Was würdet ihr machen? In dieser Situation. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, bitte. So, passt auf. Moment. Ich gucke jetzt auch nochmal, wie es aussieht bezüglich. Wir haben jetzt nichts mehr hier, ne? Ich würde jetzt gerne trotzdem nochmal gucken, ob die Mission, ja, dachte ich mir schon. Das habe ich mir schon gedacht. Gut, dann können wir das hier abschließen. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder morgen in einer neuen Folge 11.22 auf der Krehbach. Und ich sage gerne, bis dahin, Servus und Tschüss. Und ich sage gerne, bis dahin, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.